Nordrassils Wurzeln Verzeiht, Shandu Sturmgrim, Priesterin Tyrande, aber sie bestand darauf, vorgelassen zu werden. Wer seid ihr Mädchen? Was ist so dringend? Ich bin eine Dienerin der Wächterin, Maiev Schattensang, die geschworen hat, den Verräter Illidan zu jagen. Illidan, sprecht! Verzeiht, Shandu, aber euer Bruder hat eine dunkle Armee aus den Tiefen erweckt und ein mächtiges dämonisches Artefakt gestohlen. In diesem Augenblick bekämpft ihn meine Herrin auf den verheerten Inseln. Sie braucht unverzüglich Verstärkung. Ich werde gehen. Ich führe die Schildwachen selbst an. Nein, meine Liebste, die Droiden und ich kümmern... Ich habe ihn damals befreit und ich trage die Verantwortung dafür. Dann lass uns beide gehen. Wenn dieses Mädchen die Wahrheit spricht, braucht Maiev jede mögliche Unterstützung. Die Göttin Will wird Shandu Sturmgrimm kommen. Wir müssen den Dschungel in den ganzen Inseln auf Grund gelaufen sein. Es missfällt mir, Streitkräfte zurückzulassen, aber wir haben einfach nicht die Zeit zu warten. Meine Eulen sind bereits unterwegs und haben Maievs Standort erspäht. Sie und ihre Truppen werden angegriffen. Aber wir müssen den Dschungel durchqueren, um zu ihr zu gelangen. Vielleicht hilft Naturgewalt beim Vorankommen. Wir sollten uns beeilen. Ich bezweifle, dass Maievs Truppen noch lange durchhalten. Ashtero-Dalador Für Kalimdor Unsere Krieger greifen den Feind an. Gerechtigkeit wird geschehen. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich habe Rache geschworen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Nicht genügend Gold. Es soll geschehen. Anodora Was sind das für niederträchtige Schlangen? Ich weiß nicht, aber diese Geschöpfe kommen mir bekannt vor. Elende Nachtelfen. Wir sind die Naga. Wir sind die Zukunft. Es soll geschehen. Ashtero-Dalador Für Kalimdor Wir müssen uns sputen. Es soll geschehen. Unser heiliger Hain wird entweiht. Wir müssen uns beeilen, um Maiev zu retten. Ich kann nicht mehr warten. Die Jagd wartet. Gerechtigkeit wird geschehen. Anodora Für Kalimdor Ashtero-Dalador Dieses Land und ich sind eins. Ashtero-Dalador Für Kalimdor Anodora Es soll geschehen. Wir müssen uns sputen. Ashtero-Dalador Unsere Krieger greifen den Feind an. Für Kalimdor Unser heiliger Hain wird entweiht. Wir vergeuden hier unsere Zeit. Ashtero-Dalador Ashtero-Dalador Wie ich vermutete, unsere Schiffe sind hier auf Grund gelaufen. Die speziellen Verbündeten, die aus dem Eschenthal mitgekommen sind, sollten in der Nähe sein. Spezielle Verbündete? Such einfach weiter. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Unsere Krieger greifen den Feind an. Abgeschlossen. Es soll geschehen. Anodora Ashtero-Dalador Wir vergeuden hier unsere Zeit. Sprecht frei heraus. Wir müssen uns sputen. Für Kalimdor Anodora Forschung abgeschlossen Für Kalimdor Hat der Schlag meines Seel getrübt? Anodora Anodora Jemand bedroht die Wildnis? Was bedroht diese Länder? Unser Heiliger Hain wird entweiht. Wir müssen schnellstens den Stützpunkt der Wächterin erreichen. Das stimmt hier nicht. Hasch Terodalador. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Unsere Krieger greifen den Feind an. Was bedroht diese Länder? Für Kalimdor. Wir müssen uns sputen. Die Jagd wartet. Wir müssen uns spüren. Dieses Land und ich sind eins. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Asch Terodalador. Es soll geschehen. Anodora. Es soll geschehen. Für Kalimdor. Anodora. Anodora. Hallo! Unser Heiliger Hain wird entweiht. Asch Terodalador. Gerechtigkeit wird geschehen. Gerechtigkeit wird geschehen. Wir vergeuden wir unsere Zeit. Ausgerei. Asch Terodalador. Was bedroht diese Länder? Anodora. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Göttin, erneuchte meinen Weg. Die Jagd wartet. Unsere Krieger greifen den Feind an. Es soll geschehen. Was bedroht diese Länder? Für Kalimur. Ich kenne dich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ashtere Dalador. Göttin, erleuchte meinen Weg. Wo soll ich zuschlagen? Was bedroht diese Länder? Meine Kraft gehört euch. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wo soll ich zuschlagen? Auf Wachtposten. Dieses Land und ich sind eins. Forschung abgeschlossen. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Unsere Krieger greifen den Feind an. Irgendetwas stimmt. Ilone sei Dank. Ich wusste, dass ihr kommen würdet, Jandusturmgrim. Ich bin froh, dass wir rechtzeitig eingetroffen sind, Maiev. Priesterin Tyrande, ich bin überrascht, dass ihr persönlich gekommen seid. Wollt ihr euer schlechtes Gewissen beruhigen? Ich tat, was ich tun musste, Maiev. Es steht euch nicht zu, über mich zu richten. Ihr habt meine Behüterinnen ermordet und den Verräter befreit. Euch sollte man in einen Käfig sperren. Genug, ihr beiden. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Maiev, wie ist die Lage hier? In dieser Gegend gibt es keine Rohstoffe mehr, Shando. Wir müssen eine Goldmine finden, wenn wir mehr Truppen für einen Angriff auf Illidans Festung aufstellen möchten. Nun gut, dann lasst uns aufbrechen. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Passt euch kurz. Was bedroht diese Länder? Wir vergeuden dir unsere Zeit. Dieses Land und ich sind eins. Anodora Wir müssen uns sputen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Es soll geschehen. In Position. Ich habe Ratze gesporen. Ich folge der Stimme von Illidans. Unsere Krieger greifen den Feind an. Der Schlag meine Sinne getrübt. Unsere Krieger greifen den Feind an. Was bedroht diese Länder? Irgendetwas stimmt hier nicht. Was bedroht diese Länder? Dieses Land und ich sind eins. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Was bedroht diese Länder? Was bedroht diese Länder? Passt euch kurz. In Position. Dieses Land und ich sind eins. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Sprecht frei heraus. Anodora. Anodora. Unsere Krieger greifen den Feind an. Viele unserer alten Freunde aus ihrem zeitlosen Schlummer geweckt. Diese mächtigen Wesen werden uns von großer Hilfe sein. Was bedroht diese Länder? Was bedroht diese Länder? Euer Gebäude. Wir haben zu viel Zeit vergeudet. Je länger wir den Angriff hinauszögern, desto stärker wird Illidans Heer. Wir müssen bald zuschlagen, Shando. Dieses Land und ich sind eins. Was bedroht diese Länder? Ye 돼 ne? Verdboht 홍venief. Was ist Grund攫klus? Usher Ho хочу abgeschlossen! Was ist der Ruf der Natur? Die Göttin ruft! Irgendetwas stimmt hier nicht. Unsere Krieger greifen den Feind an. Dieses Land und ich sind eins. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Was bedroht diese Länder? Irgendetwas stimmt hier nicht. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Für Kalimdor! Dieses Land und ich sind eins. Jemand bedroht die Wildnis? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Irgendetwas stimmt hier nicht. Es soll geschehen. Vorschau abgeschlossen. Die Rechtszeit wird geschüttet. Ich brauche die Stimmen von denen. Vorschau abgeschlossen. Dieses Land und ich sind eins. Was bedroht diese Länder? Unsere Krieger greifen den Sprech ab. Dinktier mich. Die Götter und Hilfe. Was bedroht diese Länder? Was bedroht diese Länder? Bei ihr noch. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Unser heiliger Heim wird entweint. Dieses Land und ich. Ich bin eins. Unsere Krieger greifen den Feind an. Wir sind eins. Wir sind eins. Wir haben die Führung abgeschlossen. Unsere Krieger greifen den Reich an. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hat der Schlaf meines Sohnes getrüft? Unser Heiliger Heil wird entweiht. Was bedroht die Wildnis? Was bedroht diese Länder? Asch Terodala. Dieses Land und ich sind eins. Amule war es. Aufbau abgeschlossen. Unsere Krieger greifen den Feind an. Der Schlaf meines Sohnes getrüft. Unser Held ist gescheit. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Gold. Ich folge der Stimme von Elon. Die Jagd wartet. Die Zeit ist gekommen. Die Göttin ruft. Unsere Krieger greifen den Feind an. Jemand bedroht die Wildnis? Wie die Göttin wünscht. Nicht genügend Gold. Ich folge der Stimme von Elon. Die Göttin ruft. Die Göttin ruft. Die Göttin ruft. Wir schütteln! Jemand bedroht die Wirkung? Jemand bedroht die Wirkung? Forschung abgeschlossen! So sei es! Das sieht alles gut! Unzuzept Irgendetwas stimmt hier nicht! Und was bedroht diese Länder? Das soll geschehen! Wir müssen uns sputen! Unsere Krieger greifen den Feind an! Ich höre die Stimmen von Elina! Irgendetwas stimmt hier nicht! Hast der Schlag meine Seele getrübt? Dieses Land und ich sind eins. Unsere Krieger greifen den Feind an. Tyrande, was machst du denn hier? Das ist nicht dein Kampf. Es war falsch, dich zu befreien, Illidan. Das ist mir jetzt klar. Du bist ein Monster geworden. Monster? So denkst du über mich. Du hast mir stets etwas bedeutet, Tyrande. Ich wollte nur beweisen, dass ich würdig bin. Mächtig bin. Ungezügelte Macht ist kein Ersatz für wahre Stärke, Illidan. Darum entschied ich mich für deinen Bruder, statt für dich. Das bedroht diese Länder. Hat der Schlag meine Seele getrübt? Dieses Land und ich sind eins. Ich werde die Last wehren. Und etwas stimmt hier nicht. Für Kalimlo. Euer Gebäude ist fertig. Die Schuldigen werden leid. Was bedroht diese Länder? Forschung abgeschlossen. Die Göttin will. Hat der Schlag meine Sinne getrübt? Hat der Schlag meine Sinne getrübt? Euer Gebäude ist fertig. Die Schuldigen werden leid. Und etwas stinkt hier nicht. Forschung abgeschlossen. Was bedroht diese Länder? Dieses Land und ich sind eins. Ich kann nicht mehr warten. Forschung abgeschlossen. Und etwas stimmt hier nicht. Unsere Krieger greifen den Feind an. Dieses Land und ich sind eins. Was bedroht diese Länder? Hat der Schlag meine Sinne getrübt? Hat der Schlag meine Sinne getrübt? Was bedroht diese Länder? Dieses Land und ich sind eins. Was bedroht diese Länder? Der Sieg ist unser. Es war eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, Shando. Dieser Kampf ist längst nicht vorbei, Maiev. Elidans Verbleib ist noch ungeklärt. Und auch von Tyrande fehlt jede Spur. Zeig dich, Elidan. Es ist vorbei. Oh, es ist noch lange nicht vorbei, kleine Priesterin. Ein Jammer, dass du meinen Standpunkt nicht verstehen konntest. Nun wirst du und die ganze Welt begreifen, wozu ich wirklich fähig bin. Aschkarath! Bruder, was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um dich aufzuhalten, Elidan. Statt dich zu verbannen, hätte ich dich wieder in den Käfig sperren sollen, als ich es konnte. Damals war ich schwach. Jetzt nicht mehr. Ich habe einem neuen Meister treu geschworen, Bruder. In seinen Diensten fällt mir eine große Aufgabe zu. Leider kann ich nicht dulden, dass du mir im Weg stehst. Sei unbesorgt, meine Liebste. Wir finden Elidan, wohin er auch flieht. Wir finden ihn.